Unter dem Motto One World, Together at Home, Zusammen zu Hause, findet heute Abend ein großes Benefizkonzert per Livestream statt. Organisiert wurde die Show von der US-Sängerin Lady Gaga zusammen mit der Aktivistenbewegung Global Citizen und der Weltgesundheitsorganisation. Zahlreiche internationale Stars, u.a. die Rolling Stones, Elton John und Billie Eilish, wollen mit dem Konzert spenden für den Kampf gegen das Coronavirus sammeln. Christiane Meyer in New York. Geht es bei dem Konzert nur um Spenden oder gibt es weitere Ziele? Dahinter steht der Gedanke, dass der Virus keine Grenzen kennt und deshalb auch die Bekämpfung des Virus über die Grenzen hinweg funktionieren muss. Da ist die Weltgemeinschaft gefordert, finden zumindest die Veranstalter. Das soll passieren jenseits nationaler Interessen und jenseits der Politik. Sie haben aber auch vor, den Menschen Tribut zu zollen, die in den letzten Wochen und Monaten teilweise sogar unter Einsatz ihres Lebens gegen das Virus gekämpft haben. Und sie möchten Regierungen, große Firmen, Investoren motivieren, an die WHO zu spenden, die Weltgesundheitsorganisationen der Vereinten Nationen, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Die Stars haben teilweise ihre Beiträge zu Hause im privaten Umfeld, im Wohnzimmer aufgenommen, um zu versuchen, so einen Eindruck zu erwecken, dass es von Wohnzimmer zu Wohnzimmer geht. Und das ganze Konzert wird ja weltweit gestreamt. Hier in Amerika wird der Hauptteil sogar von drei großen Fernsehsendern ausgestrahlt. Und damit zurück zu Thorsten Schröder. 3. Untertitelung des ZDF, 2020